Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Games4GamersTV, der Cobra wieder für euch und heute das erste Mal bei uns im Kanal ein PC Let's Play und zwar von Chivalry Medieval Warfare und das ist ja ungefähr so aufgebaut wie Battlefield Call of Duty, nur halt hier geht's mit Schwertern, das heißt hier gibt's richtig auf die Fresse, ja, nicht also nicht über Distanzen mit, weiß ich nicht, tausend von verschiedenen MGs rumballern, hier gibt's Schwerter, Wurfärzte, Pfeil und Bogen und dann gibt's hier richtig auf die Mütze, das heißt mit Enthauptung alles dabei, ja, ich würde sagen, wir gucken uns das einmal an, also eine wirkliche Kampagne hat das Spiel nicht, so wie ich bis jetzt gesehen hab, das läuft einfach auf der Multiplayer Basis ab, das heißt Server suchen, raufgehen und los schlachten, so, dann wollen wir mal gucken, Spielbeiträgen Dann nehmen wir da noch ein gleiches Mal, was nehmen wir da mal? Einigermaßen guten Ping Jetzt ist da fast nichts los Na, der wird voll sein, schade Vielleicht hab ich ja Glück und einer geht raus und, oh, ich glaub das geht los So, jetzt entstreichen wir uns für eine Seite, ich würde sagen, da wo die wenigsten sind, da gehen wir mal hin, also wir sind jetzt Team Blau So, darf ich nicht mitmachen? Ich möchte gerne mitmachen So, wo ist der erste gleich? Komm her Eieiei, da gibt's auch gleich wieder Eindruck Komm her Oh, da hat er mich abgestochen Das gibt's ja wohl nicht Hohoho Das ist ja ein Metzelspiel Hallihallo So, was kann der hier noch? Achso, jetzt gibt's auch noch so extra Attacken, okay Gucken wir mal das Ding hier raus Ist der ein bisschen fixer hier mit dem Klopp Dann kommt mal nachher hier So, die Mütze Sehr gut So, was hat der noch? Wurfachser, da will ich jetzt nicht reinwerfen Und komm Egal Der rennt da einfach rein Ich hab gemäht Oh Gott, oh Gott, oh Gott Haben wir nicht einen Kegel gemacht? Ich dachte, der wäre doch nicht gestorben, der Typ Aber anscheinend doch nicht Genau, schrei los Wir kommen ja schon Rennt Da hinten kommt der erste Oh, der rennt auch da ruhig wieder weg Der hat Angst, der will nicht Der möchte nicht Ah, da wollen sie eine Falle stellen Ja, danke Na komm Da hat er es jetzt Verreck So, Schädel ab Das funktioniert also auch Oh Gott Da hatte ich keine Chance Was ist jetzt passiert? So, komm her Oh mein Gott Hier ist von allen Seiten auch im Mütze Achso, das war der Feind Und ich versuche die ganze Zeit Diese roten zu kloppen hier Ah Der blaue ist der Feind Mein Gott Oh, die Runde ist vorbei Die ist vorbei Die ist vorbei Machen wir mal gucken Was die nächste Runde so mit sich bringt Dann gehe ich jetzt diesmal Ja, gehe ich mal zu den blauen Oder zu den roten Von mir aus Mir alles rechts Sein Waffenknecht Ritter Der ist so langsam Der war immer ganz fix Raubestern Ah, dann wird die auch mal mit Und los geht's Hups Darf ich beitreten? Jawohl Boah, doch den Morgenstern wird Nee, warum habe ich ihn jetzt erschwert? Naja, auch egal Bin ich jetzt bei den roten? Ja, ich glaube schon Ja, kommt her Und Die sind immer ein Stück schneller als ich Verstehe ich nicht Das gibt's ja gar nichts Kann ich mir jetzt auch was aussuchen No, den wollte ich haben Drehen Und das war's Okay Hey Was ist das denn? Da hast du auch mit Wurfmessern Keine Chance Oh, ich werde hier ganz stark beschossen Oh, der braucht auch mal lang zum Ausholen Kommt der nächste gerade angeflogen Wow Das ging fix für mich So, verschwinde Weiter geht's Also ich werde hier Also ganz ehrlich Gibt echt Leute Die stehen nur hinten rum Und schießen mit Pfeil und Bogen Na gut Na komm Du stirbst Er ist kaputt Er ist kaputt Na komm Oh, hat der mich erwischt Weiter geht's Nicht zurückweichen Oh, da kriege ich auch wieder einen ab Oh, besser gegen ins Auge Oh, wie ist denn der so schnell mit seinen Riesensperren Komplette zerhackt der Typ Und der Attacke Mit meinen kleinen Wurfmessern komm ich hier an Nein So, der wird's erledigt Patsch Oh Gott Ich muss sagen, das geht ziemlich schnell Das ist ratzfatz Eins, zwei Schläge ist man hin Ich kann jetzt auch mal einen anderen Typen hier ausprobieren Was kann der denn? So, wie ist das denn mit Das Ja Möchte ich gerne wieder beitreten Geht das nicht mehr Irgendwie kann ich nicht mehr beitreten Warum auch immer Dem Herrn, dem steckt jetzt erst mal direkt ein Pfeil im Schädel Aber das stellt sich anscheinend überhaupt nicht Ach, wir haben verloren Na gut, das war's wieder mit dem Let's Play diesmal Ähm, ich hoffe die Runde hat euch ein bisschen gefallen Ähm, wenn ihr mehr davon sehen wollt Einfach Daumen nach oben Schreibt was unten in die Kommentarfelder rein Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr sehen wollt Dann kriegt ihr davon auch noch mehr Und ja, würde ich sagen Erstmal reinhauen Tschüssi Tschüssi